In diesem Video zeige ich dir den intelligenten Equalizer Mixroom von der Plugin-Schmiede Mastering the Mix aus England. Dieser Equalizer analysiert entweder deinen Komplettmix oder deine Einzelspuren und zeigt dir dann an, welche Frequenzbearbeitungen du machen musst, damit dein Mix nach Profimix klingt. Profimix innerhalb weniger Sekunden also? Funktioniert das wirklich? Hallo, ich bin Martin und auf meinem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic. Aber auch wenn du nicht mit Logic arbeitest, kannst du einiges mitnehmen. Heute geht es also wie gesagt um Mixroom, diesen intelligenten Equalizer hier. Den habe ich hier schon in den Kanal zugeladen. Und damit wir nochmal genauer wissen, um was es geht und was uns die Firma Mastering the Mix hier verspricht, lese ich dir mal kurz die Introduction vor. Ich habe hier das englische Manual ausgedruckt und schauen wir mal, was sie zu ihrem Plugin hier zu sagen haben. Wenn sie es ein bisschen komisch anhört, ich übersetze es direkt aus dem Englischen, aber ich denke, ich kann es so übersetzen, dass wir alle verstehen, um was es geht. Wir stellen hier Mixroom vor. Das ist ein intelligenter EQ, der dir sozusagen sagt, wie du die perfekte Balance deiner Frequenzen setzt, egal ob du an einem Vocal arbeitest, an einem Synthesizer oder deine Musik masters. Man kann es also auch als Mastering Plugin einsetzen. Mixroom analysiert dein Audio und zeigt dir, welche Frequenzen angepasst werden könnten, um deinen Sound zu verbessern. Damit hast du einen soliden Startpunkt, der dir hilft, deinen perfekten Sound zu bekommen. So ungefähr könnte man es übersetzen und ich habe jetzt ein bisschen rumprobiert mit diesem Plugin und ich finde es auch ganz spannend, weil ich habe von Mastering the Mix hier schon einige Plugins vorgestellt, die auch recht überzeugend waren. Jetzt schauen wir uns mal Mixroom an. Ein wirklich etwas besonderes Plugin, ein besonderer Equalizer zum Mischen und Mastern. Ich habe hier meinen Mix, der war eigentlich fertig gemischt und ich habe jetzt aber einige Plugins wieder rausgenommen und jetzt möchte ich mit Mixroom testen, wie das funktioniert. Also hören wir uns mal den Schlussrefrag jetzt erstmal an. Das Plugin läuft noch nicht mit und ich habe im Masterfader auch noch nichts drin. Also es klingt schon ganz gut so ein bisschen, wenn du dich ein bisschen damit auskennst, mit dem Abmischen oder so, merkst du vielleicht, also ich würde jetzt hier spontan sagen, da fehlen so ein bisschen Höhen und es klingt so ein bisschen mumpfig in den Mitten. Da müsste man jetzt einfach mal rumprobieren mit einem Equalizer, vielleicht mit einem Equalizer hier, Masterfader. Aber muss ich jetzt aber ja alles nicht mehr machen, weil das macht ja jetzt Mixroom für mich. Und wir fangen jetzt mal an, bevor ich dir dann die einzelnen Parameter zeige und erkläre, wie die einzelnen Parameter funktionieren, fangen wir jetzt mal an, wie gesagt, im Masterfader und er soll das jetzt für uns machen. Und dazu kann ich jetzt verschiedene, zunächst mal verschiedene Referenztracks auswählen. Also ich sage jetzt mal, das hier ist das Genre Pop, das musst du hier auswählen. Und ich nehme mal, ist das jetzt Synth Pop oder Electronic Pop, weiß ich nicht. Ich nehme mal einfach Warm, ja, wir nehmen ein warmer Pop Song, soll das sein. Und das wähle ich jetzt aus, das ist mein Target hier. Alles, was ich jetzt machen muss, ist, den Mix nochmal laufen zu lassen, meinen Mix. Und dann wird er mir das auslesen und er wird mir dann schon Targets, also Zielpunkte setzen, was er vorschlägt, wie man den Mix verbessern könnte. Und das kann ich dann auch gleich so einstellen. Also ich lasse es mal laufen und sobald er mir, sobald hier oben erscheint, dass er mir die Ziele herausgefunden hat, klicke ich drauf und dann stellt er mir automatisch sofort ein, was er jetzt verändern würde, um diesen Mix an den Referenzmix anzupassen. Also Pop, Warm Pop habe ich jetzt rausgesucht, das schauen wir mal. Okay, das hat er jetzt rausgefunden. Und ich kann hier dann noch den Output-Gen anpassen, damit ich einfach, dass ich verhindern kann, dass ich den Mix nur lauter mache mit irgendwelchen Frequenzanhebungen. Und jetzt siehst du hier verschiedene Bänder. Also er schlägt vor, die Höhen massiv anzuheben in dem Fall. Er schlägt vor, hier um die 2200 Hertz abzusenken, hier anzuheben. Okay. Ich habe da bei verschiedenen Songs oder bei verschiedenen Mixen von mir rumprobiert und habe festgestellt, dass das schon mal nicht gut funktioniert. Ich erkläre dir gleich ja alles nochmal im Genauen, aber ich lösche jetzt nochmal die Target-Bänder hier für alles, was du nämlich auch machen kannst. Und was wesentlich effektiver ist, ist, du kannst einen Referenzmix reinladen. Da wird es jetzt spannend. Ich gehe unten auf die Zielscheibe und jetzt nehmen wir mal einen Referenzmix her, von dem ich behaupte, okay, ich hätte oder dein Kunde, wie auch immer, von dem der sagt, okay, ich hätte gerne, dass mein Mix so klingt, misch mir den mal so ab. Und da hat er mir den auch schon ausgelesen. Dann gehe ich hier hinten mal an die lauteste Stelle. Ja. Jetzt kann ich hier, wenn du Bassroom kennst, dann weißt du das Prozedere hier schon, Create Targets mal. Das heißt, er sucht jetzt mir nach meinem Referenzmix, er versucht jetzt die Frequenzkurve des Gesamtmixes an die Frequenzkurve des Referenzmixes anzupassen. Mal schauen, was jetzt passiert. Und ich finde, jetzt macht die ganze Sache hier auch schon wesentlich mehr Sinn. Die Bearbeitungen sind nicht mehr irgendwie so ganz so krass, weil ich jetzt einfach einen Referenztrack rausgesucht habe, der sehr, sehr ähnlich ist diesem Song hier. Ich kann ihn mal aus und an machen, dann kannst du nochmal genau hören, was er macht. Also erst ohne, dann mit. Finde ich jetzt schon mal wesentlich besser, wie mit diesen blinden Referenztracks, von denen du gar nicht weißt, was es für welche sind. Natürlich musst du jetzt die Maschine hier nicht nur selber arbeiten lassen, du kannst auch selber Frequenzbänder setzen. Und die ganze Sache hier, wie du schon siehst, es ist sehr seltsam und sehr ungewohnt für einen Equalizer. Was ich jetzt mal mache, ist, ich setze einfach selber ein Band, dazu klicke ich hier einfach mal doppelt rein. Oder wir können vielleicht mal hier machen, wo es leer ist, dann ist es übersichtlicher. Ja, ein Frequenzband setzt du doppelt. Und es ist äußerst ungewöhnlich, weil ein Equalizer hat ja normalerweise immer so eine horizontale Darstellung. Ja, das bedeutet, du siehst die steile Frequenzbearbeitung nur nach oben und nach unten. Und eben in der Breite dann von der Filtergüte her. Hier sind die Frequenzen, und das ist schon mal sehr spannend, räumlich dargestellt. Das heißt, wenn ich in eine Frequenz jetzt höher anheben möchte oder absenken möchte, dann klicke ich mit der Maus drauf und kann die jetzt nach vorne schieben oder nach hinten ziehen. Ich habe jetzt eine Frequenz ausgewählt. Und die siehst du, wenn du hier drauf gehst, auf dieses mittlere Band. Siehst du das mittlere Band hier? Das sind jetzt 3700 Hertz in dem Fall. Das ist, die möchte ich jetzt anheben. Das ist zumindest die Kernfrequenz hier. Und wenn ich die mir hier ausgesucht habe, dann kann ich die natürlich auch verstellen. Ja, also du kannst einfach hier das Band festhalten. Das muss jetzt, glaube ich, ja doch, man muss direkt hier an der Linie festhalten, so war es. Dann kannst du die jetzt hoch und runter ziehen. Das ist auch ein bisschen strange, weil eigentlich beim Equalizer geht es ja wieder nach links und nach rechts. Also ein bisschen komisch am Anfang jetzt tatsächlich mal. Na so, jetzt bin ich hier bei 1500 Hertz und jetzt sind wir hier bei 4600 Hertz. Also so ziehst du die Frequenz oder dein Frequenzband nach oben und nach unten. Und zum Anheben und Absenken, also Cutten oder Boosten, hältst du es einfach mit der Maus fest und ziehst es dann nach vorne, um es zu boosten. Dann kommt es vor oder nach hinten, Maus nach unten, Ding geht nach hinten, um es abzusenken. Sie schreiben, und das macht jetzt für mich bedingt zumindestens mal Sinn, dass es einfacher ist für dich in der Vorstellung, weil Frequenzen, die angehoben werden, nimmst du auch näher wahr. Während Frequenzen, die abgesenkt werden, die nimmst du weiter hinten wahr. Und deswegen sagen sie hier im Manual, das ist logischer oder das macht es dir einfacher, das visuell zu sehen. Da kann man sich jetzt mit Sicherheit drüber streiten, aber es macht auf jeden Fall schon, diese Aussage macht auf jeden Fall schon mal Sinn. Dann heben wir das jetzt hier einfach mal ein bisschen an und hier oben kannst du die Filtergüte, also du kannst den Q-Faktor hier einstellen. Das heißt, ich kann einstellen, wie breit ist denn mein Band. Das wäre jetzt im normalen Equalizer dann entweder so ein spitzeres Band oder eben ein sehr breitbandiger Bellfilter. Das machst du hier oben oder eben hier unten. Ich kann das jetzt breiter machen, dieses Band. Jetzt geht es hier zum Beispiel in dem Fall von 2K bis 10K. Oder ich mache das Band wesentlich kleiner oder schmaler. Dann habe ich einen wesentlich spitzeren Bellfilter hier. Du kannst das Band, und das ist auch gut gemacht, das geht jetzt in jedem anderen Equalizer auch so, aber hier finde ich es jetzt ganz übersichtlich. Ich kann das Band ausschalten und kann es auch solo schalten natürlich. Also ich hebe jetzt hier mal, das ist natürlich jetzt Unsinn, was ich jetzt hier anhebe, aber probieren wir mal. Also solo schalten, beziehungsweise an- und ausschalten mit dem Kopfhörer solo schalten. Das ist jetzt das Rad absolut nicht neu erfunden, weil du ja, das kann jeder andere Equalizer natürlich auch. Von der Arbeitsweise hier ist es aber doch, wenn man sich nach einer gewissen Eingewöhnungszeit, ist es ganz angenehm so zu arbeiten, finde ich. Wir können hier unten, das ist auch noch interessant, in die Mid und in die, entweder nur die Mitten oder die Seiten anheben. Und das kannst du machen, also mit Side-EQ, das kannst du machen, indem du das anklickst und dann hier auf dieses Stereo-Symbol klickst. Und jetzt kann ich natürlich sagen, okay, ich möchte, achso, ich muss nach links und nach rechts ziehen, so rum war es. Ich möchte nur die Seiten bearbeiten mit meiner EQ-Bearbeitung. Ja, dann mach das nur an der Seite oder du möchtest es eben nur in der Mitte machen. Dann mach das in der Mitte. Und auch hier kannst du bestimmen, in der Mitte, wie breit das sein soll, ja, oder wie viel du da in der Mitte anheben möchtest. Das ist durchaus, wie gesagt, nach einer gewissen Eingewöhnungsphase ergibt es durchaus Sinn und ist durchaus spannend. Zusätzlich kannst du natürlich auch, das ist jetzt wichtig, zwischen einem High-Shelf und einem Bell-Filter wählen. Wir haben das jetzt auf den kompletten Mix eingesetzt, ja. Wir können es aber natürlich auch auf Einzelspuren einsetzen, das behaupten zumindest die. Probieren wir doch einfach mal ein Piano aus. Hier ist unser Piano. Ich habe ja schon EQ-Bearbeitungen, hatte ich im Original-Mix gemacht. Und jetzt schauen wir mal, ob Mixroom besser ist. Ob besser mischen kann als ich. Würde einerseits Zeit sparen, andererseits wäre ich dann auch arbeitslos. Okay, ich suche mir wieder hier raus, Piano, nehme mir mal Dark Pop und lasse ihn analysieren. Er sagt, ich würde gerne anheben um die 5000. Dann hebt er noch ein bisschen an. Was ist hier unten? 600. Gut. Und hier den Body noch ein bisschen angehoben. Vergleichen wir mal nochmal ohne und mit. Ich mache aus, ich plug in. So, jetzt kommt der Moment, jetzt vergleiche ich meine EQ-Bearbeitung mit denen von Mixroom. Ich habe Glück gehabt. Das Ganze ist jetzt, ich habe es jetzt solo abgehört. Das ist natürlich auch noch ein bisschen so eine Sache, es muss natürlich auch im Mix-Sinn machen und jetzt nicht einzeln gut klingen. Es hat jetzt so ähnlich geklungen. Das habe ich gemacht. Ich habe auch eine krasse Anhebung hier, weil der hat am Höhen gefehlt. Das hat er jetzt auch gemacht. Er hat angehoben um 10,6 dB bei einem, ja, und zwar hier so ab. Also es ist so ähnlich fast. Was ich jetzt nicht gemacht habe, ist hier unten hat er noch ein bisschen was angehoben bei um die 600. Und hier unten, das habe ich jetzt nicht gemacht. Aber es ist natürlich auch immer so, man muss die Sache ja insgesamt auch mit dem Mix zusammen anhören. Und ich glaube ganz klar, da bist du als Mensch, oder ich bin überzeugt davon, da bist du als Mensch natürlich weit voraus diesem Plug-In, weil das Plug-In weiß ja nicht, was jetzt drum drum passiert mit Drums, mit Bass, mit dem Rest von der Band. Aber insgesamt als Startpunkt ist es recht cool. Und du siehst auch hier, wie die Arbeit, wie wichtig die Arbeit mit Frequenzen ist und wie wichtig es ist, schlechte Frequenzen rauszufiltern und gute Frequenzen rauszufiltern. Dann noch die Frage an dich, kennst du eigentlich die sechs Problemfrequenzen, die dir dein Mix versauen können? Wenn du die nicht kennst, dann lad dir unbedingt meinen PDF sechs Problemfrequenzen runter. Die habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt. Da zeige ich dir genau diese sechs Frequenzen, die wirklich große Probleme in deinem Mix verursachen können, wenn du sie nicht richtig einsetzt. Jetzt interessiert mich aber deine Meinung zu diesem Plug-In. Ist das ein Zauber-Plug-In? Ist das einfach damit zu arbeiten? Und mich würde auch interessieren, kommst du damit gut zurecht oder findest du das total bescheuert, hier diese räumliche Darstellung der Frequenzen oder ergibt das durchaus Sinn? Schreib es mir bitte unten in die Kommentare. Das würde mich sehr interessieren. Ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich riesig über einen Daumen nach oben oder über einen neuen Abonnenten. Und wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Tutorial. Ich freue mich. Bis dahin. Tschüss.